Ich heiße Sie alle herzlich willkommen im Yellowstone Park. Heute hat Old Faithful seinen einmilliardsten Geburtstag. Es gibt da ein Problem mit einem der berühmtesten Naturereignisse Amerikas. Was man jetzt braucht, sind Experten. Was man bekommt, sind die Deedles. Wie gut, dass ich die hier eingepackt habe. Ansonsten! Wir sind Ihre neuen Rangers, Sir. Gut, schön, toll, ausgezeichnet. Meet the Deedles. Die müssen Sie einfach treffen. Diese jungen Ranger werden unser Problem. Sie haben ihre ganz eigenen Methoden. Wollen wir eine Runde? Tanzen, meine ich. Aber was die beiden nicht haben. Wir müssen den Geysir retten, unbedingt. Ist ein Plan. Und wie? Ich brauche eine Salbe, die wärmt und davon 30 Tuben, ja? Du fährst voll drauf ab, ha? Okay, Präriehundis, los geht's. Das ist schweinekalt. Regenwürmer sind lecker. Sie gehen voll ab. Cool, ein Meer. Ein Meer! Meet the Deedles. Naja, mein Stiefvater ist vielleicht etwas überfürsorglich, aber er ist nicht verrückt. Lasst doch von dieses Mädchen in Ruhe! Meet the Deedles. Mir ist da was aufgefallen. Findest du das nicht merkwürdig? Das Jogi, der zwar tierisch auf zivilisiert macht und eine Krawatte trägt, aber keine Hose. Hehehehe. Shake, 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 rattle. Rattle in my Dr. Bones. Come on, shake, shake, shake and rattle. Rattle in Dr. Bones. Oh, shake. Shoddy. Now, Jacin.